Moin Leute was geht mein Name ist YouTube Gamescom auf PlayStation 4 und das ist mein Bruder ja ne Spaß hehehe ne das ist der Jimmy oder wie der heißt dieser Michael Michael Sohn auf jeden Fall und zwar mache ich heute mal was ganz besonderes nur ein bisschen Abwechslung zu den ganzen Online Videos und zwar gehe ich mal zum Fahrradverleih so eine Mission mache ich jetzt einfach mal so was nehme ich denn ich glaube ich nehme das rote das ist neben also mal los ich muss mal alles wieder richtig einstellen hier war macht schon Spaß natürlich eine harte Nummer hier Jimmy bleibt stehen so sieht das aus hin GTA 5 ich habe die gleiche Mission schon mal gespielt auf der PS2 aber das ist so geil aussieht haben wir auf dem Fahrrad dann nicht so klingeln und hier ist natürlich noch als Special die Pistole mehr geht nicht der haut mir ab aus dem Weg so jetzt habe ich ordentlich Geschwindigkeit auf die normalen kommentiert wilde fahrt wilde fahrt alle ab ich sage so der Jim der holt uns ein alter wo fährt denn der hin ich bin ich bin so das müssen wir hier lang Achtung Puh also mein Fahrrad in First Person da müsst ihr euch wirklich dran gewöhnen da muss man erstmal ein bisschen trainieren alle weg hör bitte die umwärts ist der absolut aber guckt euch mal an Achtung da haben wir das macht auf jeden fall gaudi so was muss ich es machen rennt zur kante ist pierce und drücke 1 so ja 1 halte ehl gedrückt um zu schwimmen benutzt sie eben die richtung zu erhalte ich gedrückt um schneller zu schwimmen so funktioniert so ja keine ahnung was wir da machen hab ich inzwischen schon wieder vergessen auf der ps3 was wir abgehen vielleicht sehen wir hier im orca ihr seht diese wunderschöne animierte unterwasserlandschaft ein traum ein wirklicher traum mal gucken ob wir bald ein u-boot haben dann können wir nämlich hier bei mal loschillen mit dem u-boot so sind wir bei der jagd muss jetzt machen und scheiße ich muss doch irgendwas tun ach du kacke was mach ich jetzt hier hier und zwar ich werde gerade verfolgen irgendwie sie sollen auch auf uns schießen komm her moin moin ach du kacke man blödes jetski das war's auf jeden fall das war's letzte mal wo ich missionen anspiel und let's play haut auf jeden fall rein bis zum nächsten mal auf der playstation hier hier ist die frau ihr müsst die töten kacke ja moin moin